Neneeneeneeneene, Alter! Mach das mal nicht. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Quark Keeper. Es ist Mittwoch, es ist Zeit die Rettstrecke fertig zu bauen. Oder mal anzufangen die richtige Rettstrecke zu bauen. Also sind wir mal realistisch, das was ihr letzte Folge gesehen habt, das ist ja... Man könnte es als Teststrecke bezeichnen. Wir müssen heute aufs Essen achten. Wir haben genug, da kümmere ich mich ja drum. Aber unser Gärtner ist leider erkrankt. Keiner da zum Abpflanzen. Das ist halt schlecht. Ja, aber sogar Toto schafft es ja hier zu sein, obwohl er eigentlich neben sich steht. Könnte man behaupten. Ja. Der dezent derangiert aufgrund unbekannter Umstände. Dingen. Nichts mit Glühwein und Irish Coffee zu tun haben. Nein, nein. Niemals. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten P macht P Dinge, Skalit holen. Und Toto macht Toto Dinge, wahrscheinlich Skalit holen. Ja, ich grüfte jetzt erstmal ein bisschen neue Sachen. Weil wir jetzt mal ein bisschen ins Glied geholt. 1, 2, 3, 4 Rucksäcke. Ja. Das ist Kaldit. Und das sind 10 Slots. Wir haben noch nie mehr. Das ist unser Gegenstand. Ich habe keinen Zäune mehr, ich brauche Zäune. Da habe ich die Zäune irgendwo hingepackt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich genau abgezählt hatte. Aha. Bestimmt, ist ja Profi. Ja. Da sind doch noch. Aber das reicht. Äh. Äh. Hier? Hier so. Ah ne. Na gut. Holz. Bin nur verwirrt. Ich bin nur verwirrt. Okay, hier bin ich falsch. Ich glaub hier bin ich nicht in der Strecke. Wirklich? Digma Skalit ist da hinten bei den Nebenbays auch, ne? Ja, genau, die Ecke da halt eben überall, ne? Ich hab dann auch so ein neues Gebiet entdeckt, ähm, da sind die Wände aber sehr hart, sag ich mal. Also zwei neue Gebiete da unten, dieses Kreis, wenn der Kartentisch auch aktualisiert hat, dass, äh, da waren die Karts quasi. Und da gibt's auch Galaxiererze, aber da ist man noch lange nicht. Ich fahr grad mal eben rüber, ich guck mal weg, vielleicht. Weil am Tisch war ich grad einmal. Oh man, ein paar schicke Hosen zu machen, ne? Mach mal Hosen. Oh, 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 stimmt. Ja, da gibt's fiese Möps. Ja, da gibt's fiese Gegner, das ist wichtig. Irgendwie gibt's irgendwelche Gärtner, die heute anwesend sind. Ne. Was war am Kartentisch? Wo ist's? Was behaupten ist ein Gerücht? Oder der P war nicht am Kartentisch, um das da einzupflegen? Vielleicht war der Toto vor mir, da war nicht. Ich bin noch mal dran gegangen. Achso, äh, ich war relativ. So. 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 Denkmaschine läuft. Denkmaschine läuft. Ja. Das ist ja eine große Rennstrecke bauen. Multitasking klappt noch nicht. Entweder reden oder spielen. Das ist aber auch schlecht. Dann reden. Genau, dann reden. Aufzuspielen oder reden. Auch berückeln. Wo sind die Berückeln? Nicht in der Berückenkiste. Die Berücken musst du glaube ich herstellen. Hast du die wieder alle mitgenommen oder was? Ja, drei Stück sind noch übrig. Ich habe die immer noch im Moment war und ich habe die seitdem nicht rausgetan und mir keine neuen genommen. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Und hinterher sind sie doch schwanger. Meistens. So. In die Skalitwelt. Nein, nein, nein. Alles muss man selber machen. Ich hab das jetzt nicht. Das ist richtig gemacht. Ich hab das im Moment. Ich hab's auch mal sehen. Ich hab's auch mal sehen. Ja. Komisch. Der hatte ja ein Problemchen mit seinem Leben. Die Abwesenheit seines Lebens. So. Wenn man hier so lange, kann man nicht Gas geben. Dann ist da Wasser. Das ist schlecht. Was sagt du? Die Karls nicht fahren? Nee. Boah, wir könnten auch ein Triathlon machen. Könnte man dann irgendwie mal machen. Ja, Autorennen, Boot fahren und laufen. Da hinten blinkert es. Ich könnte immer da hin. Ich könnte immer da hin, wo es leuchtet. Oh, guck mal. Schon wieder so eine Skalitkäste gefunden. Na, guck mal. Das Ding hole ich eigentlich nicht. Nee, alle will ich nicht löschen. Ich will jeder löschen. Willst du wen löschen? Ja, die eine alte Kartenmarkierung von, wo die andere Kiste stand. Oh, meine, ich stehe da nicht mehr da. Achso. So, dann musst du jetzt einen Schlüssel machen und dann kannst du da in die Kiste und die aufmachen, oder was? Und dann geht der erste Mal nach. Okay. Hier ist der Engler. 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 Ich habe Eisen gefunden. Das ist auch nicht verkehrt, also ich meine wir haben noch ganz gut Eisen, aber für die Skalitrüstung brauchen wir auch Eisen. Okay. Okay. Nicht schlimmer, wenn wir das haben. Ja, dann ist es ja gut. Und wer weiß, wofür man noch so braucht, kommt ja jetzt auch dann bald der Automatisierungstisch. Ja, der ist auch wichtig. Der ist auch wichtig. Ach Gott, da eskalieren sie wieder. Ah! Gibt es uns doch. Ja. Und nix kommt auch nix, ne? Richtig. Schleim, geh doch einfach mal nach Hause hier. Die blinken überall. Überall ein Blinken dran. Äh, so. Bin ich denn hier ungefähr? Hier bin ich ungefähr. Dann machen wir da noch so einen Schlenker rein. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und dann brauchen wir... Ja, 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 ja. Links gehst du ein bisschen weiter links dazu, ne? Das ist richtig, aber ich geh nach rechts. Nein, wird sieht nicht so. Bescheid haben einfach von eins. Achso. Ja, also, nicht wundern, wenn du nicht links auskommst, wenn du nach rechts gehst. Ja, okay. Weiß ich Bescheid. Hä? Was? Ich habe keine Drücken mehr. Du kannst erlasbel. Ich habe Kopfschmerzen. Ne, die gehen tatsächlich mittlerweile. sind die brücke in alle egal muss ich erst mal beim speziell und glaube ich oder in der kiste da steht auch noch alles ja ja da war einiges an holz drin das ist richtig so er ist ja speziell mal auf und zu jammern online kommen ist so und holz ernten ich meine ich habe ja für vieles verständnis sage ich meine aber nicht für faulheit ganz genau so geht das nicht irgendwie genau auf karte bis mit der mittleren maus dass wir nun ein symbol ausgewählt ist du darfst aber nicht direkt auf dich klicken jetzt geht es nämlich nicht und brücke also stück hat auch schnell weg ich weiß ich wollte keine müsse mitnehmen ja hätte ich mal gemacht ja das ist aber der stelle ich ja sorge davon nicht genug nachschub gegen eine spezielle nicht da ist eigentlich pflanze aber auch für eine spezielle ab das ist nicht der problem wenn es um das müßli geht mache ich das ja gut aber du musst ja auch die rennstrecke bauen weil es dann mit die halt wieder nicht fertig und ja doch doch keine sorgen immer noch sorgen gefunden ich abbauen konnte er hat denn so eine verschlossene truhe ich habe die jetzt zwei davon im inventar und die nennt sich verschlossene skalitkiste ok dann gehe ich gleich mal zurück wenn man die abbauen kann das ja noch einfacher naja oder war das die die ich und ja mann eben das ist ja ja du ja ich 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 baum und ich habe einen baum üppiger baum dieser saftige baum wuchs über viele jahre in als wildzerren dann ziehen wir ein und damit ein einzudekorieren ja dann nehme ich mit mit wir dinge diese nicht richtig sind besser nicht so weit gehen wir den naja platz genug platz auch gerade die ist ein bisschen er muss ja auch die rennstrecke so groß ist das nicht reich und man nicht mehr als eine runde ein bisschen dauern ja könnte das ist ja dann nicht schlimm wenn ich da nix hin bauen okay ich habe mir auch für brille gebabscht man fettflecken scheiße sehr schön auch so wie war ich das hier du hast die spezien gefunden blütenblatt blütenblatt ring da kriegt man mehr erntechance drauf du hast was für blütenblatt bin ich meine dorn waffe bekommen verstanden ich habe den schweiz gewonnen auch da der die meisten dieser hinfältige von hinten richtig wie sie mit sind ja 1 2 3 ein Stück nach oben kann man abbauen hat der Toto recht ein bisschen praktisch wenn man nicht wieder zurückkehren muss um so eine kiste zu holen alles mitnehmen wenn die base in der scheiß aus sie soll die ausrede ja nicht vom team sein ich hätte ja kein material ja mein gott in der von der base ich weiß jetzt auch mal eine rennstrecke macht die base mal schön und machen die den ganzen tag spazieren gehen ich werde material dafür holen noch ein bisschen lang noch mal über wasser flitze dann schneide 91 skalite mehr runter ja ja dein boot rückt näher das ist schön das finde ich sehr gut leider nur 36 das ist Was ist das? Was ist denn alles hier? Dinger, Eco-Dinger. Was ist er denn da? Ja, muss ich hier irgendwas wegwerfen. Sieht aus wie ein Totenkopf. Abstehen gleich mal an. Haltes Zelt. Was ist das hier? Schau mal her, du Ding. Einen Totenkopf bist du. Alte Rollmatratze. Was für eine Madratze? Eine alte Rollmatratze. Eine Rollmatratze. Madratze. Weil hier so ein Schleim ist. Inventar ist immer noch zu klein. Kannst du mir sagen, was du willst. Inventar ist immer zu klein. Warum ist das denn so? Das ist die Frage. Wird das Spiel dich ärgern? Wahrscheinlich. Mir noch nicht nett. Finde ich nicht in Ordnung. Ich? Dann müssen wir den Entwickler mal anschreiben. Dem sagen, pass mal auf. Gar nichts getan. Das geht so nicht weiter. Wir brauchen ein größeres Inventar. Lieber Herr Keeper. Genau. Mach das mal besser. Genau. Mach das mal vernünftig. Aber vielleicht nicht so vernünftig von mir. Den Kick einfach rein zu rennen. Kannst du schon machen. Kann man machen. Ist aber halt dann scheiße. Ist meist scheiße. Ja. Richtig. Und dann halt ein bisschen weh meistens. Zaun. Äh. Und dann. Zaun kann ich da nicht setzen. Jetzt habe ich keine Brücken mehr. Jetzt ist scheiße wieder zurücklaufen. Was? Egal. Erstmal mehr Brücken mitgenommen. Der kann ja nicht riechen. Ich habe hier einen Tempel gefunden. Dann. Ach so hier Schlaf. Muss hier gar nicht sein. Doch weil hier was offen ist. Ist auch ein Schleim. Ja. Skalit. Mehr Skalit. Das höre ich gerne. Mein Handy hat wer jetzt. Was möchte mein Handy finden? Ja. Hm. Ich bin nicht auch noch 100. Was haben wir denn mit dem Chess Ding hier rein? Ich bin ziemlich hungrig. Ah. Ich habe Müsli. Aber die Spitzsacke ist kaputt. Ja. Jeben. Und hier. Das mal hier auf der Karte. Weil irgendwas ist hier. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wo man da reinkommt. Vielleicht ist das irgendwas um den nächsten Buster beschirren. Oder. Vielleicht muss man doch nur irgendwas haben. Oder. Ich weiß auch noch. Wir werden sehen. Wir werden die Mysterien. Ich versuche jetzt mal zurück. gucken euch zurückkommen weil ich bin sehr weg ist so dass auf jeden fall nicht mehr nebenan wo ich den weg zurück geht immer kommt es natürlich weil da habe ich ja schon alles mitgenommen ja ja natürlich dann auch richtig es ist ja nicht effektiv richtig in dem weg zum beispiel gibt es gut das ist sehr für timos rennstricken noch ein paar rote und weiße bodenplatten das kommt später wo weit bin ich noch nicht und ein card nimm mal mit ersatz card zu haben die besucher kalt und und im 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 alter alter macht hat man nicht schon wieder freunde gefunden so 23000 geben gehen wir mal einen anderen weg immer woanders lang ist hier so lange meine ich mein business ja machen die ja auch kommen die von der seite an machen die nicht machen die doch von der seite an gut war friedlich ist wenn wenn der deren business ist was hat denn für ein business das ist wir gehen dem pema auf den sack business weiß ich nicht und schrei mir ich glaube ich habe das problem dass ich irgendeinen weg zurück laufen muss das ist blöd inzwischen so weit wie spitzjacke verstärken inzwischen kostet ein bisschen skaliert immer extra aber das läuft sich halt weil du die sonst kaputt machst weil ich die sonst kaputt mache ja kannst halt dann du bist halt länger unterwegs kannst du halt mehr mitnehmen ja ja die verliebt vielleicht gleich auch dann auch ein bisschen was quasi gefühlt sind dann mehr als doppelt so viel aber dann halt nur doppelt so viel ist die hee dann relativ lange wie geht's nach hause komm mal nach hause komm mal nach hause ja derzeit wo wir jetzt nach Hause fahren können wir auch schon wieder sagen wir sehen uns nächste Woche wieder. Ist das so? Ist schon wieder soweit. Nächste Woche schon? Nächste Woche schon, am Mittwoch. Okay, dann, wenn ihr nicht genug von uns kriegen könnt in der Zeit. Instagram, TikTok, Twitter. Ja, sehen wir auch. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.